Heute reden alle nur über ein Thema und das heißt Clark, der interstellare Komet. Ich kann Clark gar nicht sehen. Vielleicht schläft er noch. Dad. Gott, zieh dir das an. Und wo ist die Explosion? Das größte Fragment schlägt in weniger als 24 Stunden ein. Oh Gott, das will... Guck mal, der Himmel brennt. Weg hier. Wir bleiben zusammen, okay Großer? Ich versuche uns in Sicherheit zu bringen. Das Militär bringt ausgewählte Leute zu bunkern in Grönland. Das ist unsere einzige Chance. Ich bringe meine Familie nach Grönland in diesen Bonker. Wenn Sie das hier hören, bringen Sie sich auf der Stelle in Sicherheit. Wenn Sie das hier hören... Oh Gott, ich bin voll. Bringen Sie sich in Sicherheit. Bringen Sie sich in Sicherheit.